Also ich finde es total krass, dass jetzt hier, wo das ganze Corona-Thema so im Fokus ist, die Welt sich so verändert und so, dass jetzt auf einmal das in Israel auch wieder losgegangen ist. Wie aus dem Nichts. Genau, genau. Und ich habe das dann verfolgt immer geguckt, was sagen die Nachrichten gerade. Und jetzt ist ja Waffenstillstand. Jetzt hat mein Eindruck, irgendwie die Sache ist wieder zur Ruhe gekommen. Was denkst du, ist das so? Also ich denke schon, dass Waffenstillstand ist. Also Israel hat glaubt auf jeden Fall, dass sie die Abschreckung, die Deterrence wiederhergestellt haben. Das heißt auf gut Deutsch, wir haben den jetzt mal ein bisschen Angst gemacht wieder. Und Hamas hat wieder gemerkt, wo der Frosch die Locken hat und wer hier wirklich das Sagen hat. Und ja, aber man kann sich natürlich die Frage stellen, ist wirklich das Problem gelöst? Ja, das eigentliche Prinzessin. Und da muss man sagen, eigentlich nicht. Also Gaza wird sich jetzt wahrscheinlich berappeln. Die werden jetzt aufstehen und müssen wir jetzt wieder einiges zusammen konstruieren. Was auch wirklich schlimm ist, wo man einfach sagen muss, das ist heftig, was einfach passiert ist. Man kriegt das ja, wie ich mal sage, nur über die Medien mit. Und unsere Medien, die filtern ja einiges durch. Aber das ist natürlich schrecklich. Wir haben irgendwie 400 Gebäude, glaube ich, zerschossen und glaube ich 300 Personen oder sowas. Und auf die Schwächeren und Ärmeren natürlich heftiger getroffen werden, als die einfach bessere Häuser haben oder bessere Schutzmaßnahmen. Das ist schon so. Aber wird es jetzt wirklich in Richtung Frieden gehen? Weil das Einzige wäre ja, das zu lösen, dass man wirklich da Frieden einkehrt. Weil sonst könnte es in dem Jahr ja wieder losgehen. Also was wir auf jeden Fall nicht gesehen haben, das sind ernsthafte Friedensgespräche, die seit 2013 gestoppt haben und nicht mehr stattgefunden haben. Auch gar nicht mehr auf der Seite. Was mal auch auffällig ist ja, dass die Palästinenser untereinander ja ziemlich uneinig sind. Im Gazastreifen eher die Hamas, die jetzt auch die ganzen Raketenangriffe gestartet hat. Im Westjordanland eher die PLO mit dem Präsidenten und so weiter. Und untereinander sind sie ja auch nicht ganz grün. Also so mein Eindruck aus der Ferne. Ja, absolut. Das ist super interessant. Und ja, das wird auch und das führt auch dazu, will ich mal sagen, dass es überhaupt dieser Konflikt stattgefunden hat. Weil die müssen auch untereinander zeigen, dass wer ist hier derjenige, der Israel einen draufhaut. Das war ja ganz oft in der Geschichte auch das Problem in der arabischen Welt, dass die sich nicht einen konnten. Und die haben sich erst mal so lange selber auf den Deckel gegeben. Und in der Zeit hat der andere hinten rum schon überholt. Ja, das ist wirklich dramatisch eigentlich, wenn man das zuguckt. Wie Völker, die eigentlich viel stärker sein müssten, wenn man es rein menschlich-politisch betrachtet, es nicht geschafft haben, Israel sozusagen platt zu machen. Die hätten ja eigentlich von der Menge der Menschen, von der Landfläche und so weiter, die hätten ja eigentlich da viele Vorteile gehabt. Aber die konnten ihre Kraft ja irgendwie nie bündeln. Das ist mal rein politisch betrachtet. Und was man einfach sieht, finde ich, ist es Spaltung da. Ja, es ist Spaltung da. Und das ist eine Sache, die natürlich auch international nicht unbekannt ist. Ja, also zum Beispiel auch in unserem Land. Wenn du allein diesen Konflikt dir mal anschaust, dann siehst du, es gibt, also siehst du zum Beispiel die Medien. Die Medien, was würdest du sagen? Sind eher pro-Palästina. Also immer so Solidarität mit den Palästinensern. Absolut. Was ich jetzt auch nicht immer ganz fair finde, weil man ballert aufeinander los. Und bei dem einen sind halt die Häuser schlechter gebaut. Oder Leute haben halt irgendwelche Tunnel unter Wohnhäuser gebaut. Und dann sagt man, das kann aber nicht sein, dass die getötet werden. Ganz fair ist es halt nicht. Aber die Darstellung ist immer so. Ja, auf jeden Fall sind die pro-Palästinenser. Thema Spaltung. Und dann hast du auf der anderen Seite, interessanterweise fand ich, die internationale Community, die total pro-Israel war. Gerade Deutschland, USA. USA, Österreich auch. In Osteuropa auch Länder, die dafür waren. Araber, komplett nichts gesagt. Was auch wiederum total was sagen will. Die sind ja die Ersten, die normalerweise dann schreien müssen und die unterstützen müssen. Hatten gerade Ölgeschäfte abgeschafft. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall total, also es ist wahnsinnig spannend. Das muss man einfach sagen. Es passiert irgendwas. Irgendwas ist in der Luft. Ja, das stimmt. So, wir sind ja immer noch bei dem Punkt zu sagen, ist das Ding jetzt gelöst? Das Grundproblem gelöst, ja. Das Problem ist nicht gelöst. Israel wird weiterhin diesen Kurs fahren. Härte, wenn ihr uns, immer was immer ihr auch uns Böses macht, das werden wir euch zehnmal stärker zurückgeben. Israel ist sehr, sehr instabil zur Zeit. Netanjahu wird es weitergehen. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall eine Sache ist klar. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich eine rechtsgerichtete Regierung bleiben. Und es sieht auch überhaupt nicht irgendwie nach Ruhe und Frieden da aus. Wir haben jetzt gesehen Bilder und so. Das heißt, es entsteht eigentlich auch Bürgerkrieg fast. Ja, auch zwischen den arabischen Israelis und den jüdischen Bevölkerungen und so. Und das denke ich, das wird auch sehr, sehr stark jetzt sich fortsetzen, weil die können jetzt keine Raketen erstmal schießen, das geht nicht. Und deswegen wird man irgendwie versuchen von unten, von über Westjordanland und so weiter, Libanon da oben ist ja auch wieder noch am Brücken und so weiter. Diese Sachen werden auf jeden Fall bleiben und es wird nicht zum Vorteil sein von Israel. Ja. Ja. Weil, wie soll ich mal sagen, du hast ja in Amerika, Israel, Amerika ist ja immer ganz wichtig. Was hast du zur Zeit in Amerika? Du hast eine Biden-Administration, das heißt demokratisch, ja, vielleicht, also auf jeden Fall, ein bisschen mehr links. Und übrigens, der Außenminister ist ja gerade in Israel jetzt, wo wir gerade, wo wir am Reden sind und auch Palästina, ja. Deswegen traditionell nicht so stark pro-israelisch wie jetzt früher in der Republikanischen. Genau, aber natürlich noch klar, USA und so weiter, auf jeden Fall, wir sind für Israel und so weiter, hat ja Biden gesagt, hat auch Kamala Harris und so weiter gesagt. In diesen Zeiten stehen wir absolut hinter Israel grundsätzlich. Aber was es gemacht hat, das ist ganz interessant, dass innerhalb von Amerika, das ist auch wiederum Spaltung, Thema Spaltung, dazu geführt hat, dass die Demokraten sich nicht ganz einig sind über die Sache, weil du hast ja trotzdem den Amerikaner, auch wenn er Demokrat ist, steht der trotzdem, der hat irgendwie noch eine Oma gehabt und so weiter, die natürlich zur Kirche gegangen ist. Tradition ist eine große Kraft. Und die sind pro-Israel. Und dann hast du andere, jetzt so Bernie Sanders und AOC und so weiter, die kommen und die gesagt haben, hey, dieser 357-Millionen-Dollar-Deal oder was, ja, Waffendeal, der gemacht worden ist, ähm, sorry, 700, 700 Millionen, irgendwas 735, egal, Riesendeal, auf jeden Fall, hier, wir geben den Waffen, damit die auch ihren Iron Dome wieder auftragen können, ja. Die haben dagegen gestimmt, ja, die Demokraten und gesagt, hier, das, diese Fraktion und das macht eine Spaltung innerhalb von Amerika, deswegen hat Amerika keinen Bock drauf, dass es weitergeht. Also grundsätzlich ein krasses Problem eigentlich wieder aufgetreten, ähm, dessen, dessen, dessen Grund, ja, nicht gelöst ist, ja. Und immer mehr sehen wir überall auch Spaltung und Spannung, ja. Das ist, das ist interessant, weil das, ähm, ist vielleicht für uns auch jetzt spannend, die wir ja relativ weit weg leben von Israel, ja. Wir sehen die Sachen in den Nachrichten, aber direkt da um uns rum haben wir ja irgendwie was ähnliches. Und man könnte sagen, als Christ, könnte man sagen, oh, ist ja krass, wir sehen hier Prophetie und so weiter. Ja. Aber das ist vielleicht gar nicht mal der Punkt, nämlich, wir können vielleicht mal das anschauen und das mal auf uns reflektieren und sagen, ist es denn bei uns so anders? Ja, haben wir nicht auch irgendwelche innerparteilichen, ja, Kämpfe? Und da müssen wir doch sagen, ja. Weil da unten im Endeffekt, wir wissen ja von der Geschichte, das ist ja nichts mehr als Cousins, die sich da unten am Zoffen sind. Und bei uns kennen wir das nicht, auch den Brüderkampf, ja. Total. Und wo man vielleicht mal sowas sehen kann oder das einfach mal als ein Beispiel nehmen kann für uns selbst. Was ist die Lektion, was ist die Lektion, die du lernen würdest? Ja, zum Beispiel, wir haben angefangen, das Thema ist eigentlich Waffenstillstand, ja. Man denkt, es ist gelöst, aber es ist nicht gelöst. Wie ist das jetzt zum Beispiel, was uns beschäftigt hat, die ganzen, ja, das ganze letzte Jahr, auch als Christen sehr stark. Weil Dinge haben sich sehr verändert, ist einfach die Corona-Krise. Und, ja, da gab es auch Fights. Und jetzt hat man so einen Eindruck, okay, es wird langsam ein bisschen ruhiger, die Inzidenz sinkt, die Impfung verbreitet sich. Ihr dürft sogar bald wieder sinken. Ja, es gibt so eine krassere Ankündigung, Breaking News. Deswegen, und ja, wenn wir jetzt so einen Waffenstillstand scheinbar auch in dieser Problematik haben. Wie ist es denn mit unserem Grundproblem, ja? Grundprobleme, die ja definitiv offenbar geworden sind. Was wird so sagen, zum Beispiel, etwas, was offenbar geworden ist unter uns Christen in der Corona-Krise? Also ganz klar unser Verhältnis zu, was ist unser Gott, ja? Ist es Gesundheit oder ist es wirklich der lebendige Gott? Eine andere Sache ist... Haben wir uns ein Video zugemacht, ja? Vielleicht jemand, der das jetzt zum ersten Mal guckt. Kleine Werbung. Das ist das Problem. Irgendwas. Schau mal nach. Wir werden es hier verlinken. Das übersehen wir. Genau, das übersehen wir. So hieß das Video. Total hilfreich, denke ich, um das einzuordnen. Ja, wer ist unser Gott? Dann die andere Frage ist natürlich, wer ist unser Haupt, ja? Wer ist der Kopf? Total. Verhältnis. Regierung zur Kirche. Gemeinde, Staat, wer hat da was zu sagen? Genau. Wo ist die rote Linie? Und so weiter. Und das sind doch jetzt eigentlich super Themen, die wir jetzt gerade aufgreifen können, oder? Ja. Wo jetzt gerade so Waffenstillstand ist, so der Sommer kommt und so weiter. Und wir wissen ja, die nächsten Schritte, die kommen. Das fand ich so interessant beim letzten Mal, also letztes Jahr, wo man wusste schon, die Dinger, die kommen würde, hat sich aber nicht vorbereitet. Und vielleicht, was wir machen wollen hier, ist einfach ermutigen, sie sagen, sich jetzt vorzubereiten. Wie könnten wir das machen? Nachbereiten und dadurch vorbereiten, ja? Zum Beispiel ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt wieder mehr Zeit auf einmal in Gemeinschaft verbringen dürfen, ja? Das ist ganz toll, die Geimpften, Getesteten, Genesenen zählen nicht mehr. Ja, wir können uns also wieder zu mehr Leuten treffen. Fahren wir jetzt in Urlaub oder machen wir wieder ein Gebetstreffen, ja? Das wäre jetzt zum Beispiel einfach mal so eine praktische Frage. Man kann auch in Urlaub fahren. Aber ist einfach so, ja, wenn der Waffenschutz hat, oh, durchatmen, ich kann wieder in die Kneipe. Oder ist es wirklich so, dass wir sagen, Mensch, es sind krasse Sachen offenbar geworden. Aber wir uns als Christen jetzt mal zusammensetzen und zu sagen, was können wir daraus lernen, dass das nie wieder passiert. Das ist ja zum Beispiel bei dem Dritten Reich so gewesen. Man hat gesagt, da sind so krasse Sachen passiert, das soll nie wieder passieren in Deutschland. Also immer wieder die Sache thematisiert und aufgearbeitet, ja? Und das müssen wir jetzt eigentlich auch machen. Zum Beispiel so ein Thema, was jetzt Kirche startet, was sehr emotional aufgeladen war, weil ja oft dieses Gesundheitsding mit reingespielt hat. Ihr habt auch gemerkt, wer ein Video von uns gesehen hat, man ringt irgendwie drum, wie kriegt man das alles auseinander, klamüsert. Aber wenn jetzt das Emotionale langsam runtergeht, weil die Leute nicht mehr so Angst haben vor der Infektion, dann könnte man ja mal wieder lehrmäßig über das Thema reden. Sehr gut. Das ist ganz in Ruhe, ja? Okay, das ist wirklich die Ermutigung, die wir euch mitgeben wollen. Das ist vielleicht der Input aus diesem Video. Und ich würde dann sagen, machen wir in einem anderen Video, gehen wir da weiter, was Israel angeht. Nämlich, was ist denn eigentlich das Grundproblem, wenn es noch nicht gelöst ist? Okay? Ciao. Nächstes Video. Bis dann.